Drei dumme Werbungen, die jeder kennen sollte. Die Paula isst ne Kuh, die macht nicht einfach Mut. Die hat ne Pudding, die hat Flecken, die kann zu löffeln oder schmecken. Ne, aber for real, wer das noch kennt, der ist und bleibt einfach eine Legende. Seitenbacher, dein Bergsteigermüsli. Du wirst gerade von einer arabischen Großfamilie attackiert? Dann gönn dir doch mal das Bergsteigermüsli von Seitenbacher. Warum redet der immer so, als hätte der einen Rollator im Mund? Ich versteh's nicht. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilagen oder lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.